Feuchte Rettung, eilig heiße Pee-Despiration Hannah und Elias kennen sich seit der Kindheit, verloren sich aus den Augen und treffen sich nun im Internet wieder. Schnell wird ein Besuch geplant, der für die hübsche Hannah bereits zu Anfang mit dem Erleben einer hocherotischen Pee-Despiration aufwartet. Zu sehen, wie der Freund mit seiner vollen Blase kämpft, kickt sie total. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr